Heute habe ich mir mal gedacht, ich würde einfach mal Bodyguards einstellen, um zu wissen, ob sie gut sind. Diese zwei Bodyguards möchten einfach 1000 Pro-Bucks haben, dafür, dass sie mich komplett die ganze Zeit beschützen. Okay, Freunde, ich bin natürlich mal mega gespannt, ob es funktioniert. Aber, Freunde, ich glaube, das war mega witzig und ob sie es geschafft haben, mich zu beschützen. Das seht ihr jetzt in diesem Video. Also, let's go! Oh, Freunde! Ich habe mich mal heute sehr gut angezogen. Zumindest, ja, ich empfinde das, dass es so ist. Und ich habe mir überlegt, da ich hier ganz, ganz viele Waffen habe und sogar gesucht werde, dachte ich mir, wie ist es eigentlich, wenn wir uns heute mal irgendwelche Securities oder Bodyguards nehmen? Ich habe zwei Leute aus meinem Discord angeschrieben und diese wollen mir wohl helfen. Und ich habe einfach mal geschrieben, hey, bist du der Bodyguard? Und er sagt so, ja. Okay, und ich habe einfach mal geschrieben, okay, 1K Robux für Sicherheit? Zumindest haben die gesagt, die werden mich beschützter. Für 1.000 Robux. Und ich bin mal gespannt, ob das kein Scam ist und ob die mich wirklich so gut beschützen, ne? Ja, ganz genau. Aber 1K für jeden. Was? Wie viel seid ihr denn? Oh, mein Gott, nicht, dass ich jetzt hier 10 Leute komme und ich einfach 10.000 Robux bezahlen muss. Okay, zu zweit. Okay, Freunde, ich würde sagen, okay, bin bei Busfirma. Okay, Freunde, ich habe auf jeden Fall geschrieben, dass ich bei der Busfirma bin. Und das bedeutet, ich muss jetzt nur warten, bis sie natürlich kommen. Okay, wir kommen. Und, Freunde, ich bin mal gespannt, ob sie mich da die ganze Zeit von der Polizei fernhalten, ne? Und ob sie ihr Versprechen wirklich hatten. Und ob sie ihr Versprechen wirklich für 1K Robux halten. Ja, stattdessen, äh, was machen wir hier? Guckt mal, Freunde, boom. Kommt mal hier rauf. Wollte ich euch mal zeigen. Ist jetzt, ja, ist, 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 ist cool, oder? Und ich bin mal gespannt, wie die beiden eigentlich aussehen. Denn ich sehe ja richtig fresh als Businessman aus. Und da bin ich echt mal gespannt, Freunde, oha. Okay, ja, also zeitlich geht es noch. Und warte mal, da rupt jemand. Hä? Oh. Hä? Warte mal, was ist das denn für eine Karre? Ich dachte, die kommen jetzt übrigens mit einem mega krassen Auto. So, okay. Oha. Warte mal, Freunde, wie sehen die denn aus? Okay, wir gucken uns die mal an. Okay. Rita mit den Roblox und Rita mit den Roblox. Und Tag, schreibt der, okay. Alter, die haben sogar so viele Westen, so Security-Westen. Okay. Leute, ihr seid also die? Okay. Ihr seid also meine Bodyguards. Naja, bin ich mal gespannt, ob die das auf jeden Fall halten. Er sagt, ja, okay, okay, okay. Ich würde sagen, na dann, lasst losfahren. Okay, ich bin mal gespannt. Freunde, ich steige einfach mal, ja, als Präsident oder als Businessman. Ja, 1K für jeden, dann passt das. Alter, das ist ein bisschen teuer. Naja, egal. Wir haben ja gesagt, wir machen es. Okay, ich habe einfach mal geschrieben, okay, muss zur Tankstelle. Und ich schreibe dazu, am besten Osso. Denn die ist ja eigentlich geradeaus. Die ist ja nicht weit entfernt. Mal gucken. Und Leute, ich weiß nicht, Alter. Lohnt sich das überhaupt, Bodyguards sich zu beholen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Alter, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler und so. Zumindestens, die müssen auch später die Polizei abwehren. Und er sagt so, fahr schneller. Okay, okay, okay. Alter, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Der bleibt nicht wirklich stehen. Ich habe einfach mal geschrieben, fährst du immer ordentlich? Also ich meine, eigentlich ist es ja gar nicht schlimm, wenn der ordentlich fährt. Aber erstmal, okay, wir sind jetzt erstmal bei der Osso-Tankstelle. So, okay. Naja, egal. Ich lasse die beiden mal. Ich brauche unbedingt einen Kekse. Ihr habt es gesehen oben. Ich habe nicht mehr so viel. Okay. Ähm, ich würde sagen, ich habe einfach mal geschrieben, ihr wartet vor der Tankstelle. Denn ich muss hier was erledigen, ne? Und, oh mein Gott, Alter. Die benehmen sich wirklich wie Bodyguards. Ich meine, guckt euch das mal an. Die haben einfach Waffen. Okay, okay, nice. Let's go, Leute. Ich würde sagen, ich kaufe mir als erstes mal ganz, ganz viele Kekse. Denn ich habe nicht mehr so viel. Okay, schweige Energydrinks. So, damit ich auf jeden Fall genügend Essen habe, werde ich mir nochmal, boom, hier was rein snacken. Okay, wie viel Polizei haben wir eigentlich auf dem Server momentan? Ah, nicht kriminell. Drei. Okay, ich denke mal, Freunde, das ist in Ordnung. Da könnten wir auf jeden Fall mal ganz, ganz schnell die Tankstelle ausrauben. Ah, zur Not. Ich brauche mich ja nicht mal beeilen. Denn eigentlich habe ich ja, wie gesagt, meine Bodyguards. Also, wenn die Polizei kommt, sollte sie ja vielleicht gleich umgeschnetzet werden. Und, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euren eigenen Bodyguards auch schon mal hattet. Und wenn du mein Bodyguard sein möchtest, dann schreib jetzt mal einen Kommentar und schreib natürlich ja in die Kommentare. Und dann wärst du auf jeden Fall mein Bodyguard. Okay, ich bin fertig. Ich habe einfach dazu geschrieben, können los. Okay, let's go, Freunde. Alter, die steigen wirklich ein. Die steigen mal wieder hinten ein. So. Wir müssen jetzt natürlich mal gucken, wo wir hinfahren. Und ich hätte eigentlich Bock, zum Schmuggler zu fahren. Deswegen, warte mal, bitte einmal zum Schmuggler. Okay, Leute, das klappt ja sehr gut. Okay, wir sind auf jeden Fall da. Zumindest fast. Ja, er hält sich gerade. Oh mein Gott, ey. Ey, ich glaube, ich könnte das jedes Mal machen. Ich meine, mit Bodyguards gefällt mir das schon ein bisschen. Irgendwie finde ich das schon cool. Okay, Leute, aber eigentlich 1K Robux sind schon echt viel. Warum fährt der denn hinten rauf? Okay, ist ja auch egal. So, ich würde sagen, Leute. Ähm, was machen wir? Sagen wir, die sollen mich hoch oder? Alter, die können sogar... Oh mein Gott, warte mal. Hä? Hier oben ist einer mit einer Bombe oder so. Oh mein Gott, was? Hier hat einfach gerade jemand... Oh nein, hier hat das schon jemand ausgeraubt. Oh Mann, oh. Ich schreibe einfach mal die Gäste. Ich habe einfach mal geschrieben, folgt mir die ganze Zeit. Mal gucken, ob die es wirklich machen. Oh mein Gott, warte mal. Ey, Junge, was macht ihr? Ihr schießt hier einfach rum. Ey, 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 nicht schießen. Nicht schießen. Spart euch lieber eure Munition, denn irgendwann später kommt die Polizei. Und ja, okay, Freunde. Hier sind wir leider nicht in der Möglichkeit, was auszurauben. Und... Aber, ey, schaut mal. Die folgen mir einfach überall hin. Warte mal. Was, wenn ich hier lang gehe? Und? Yo, als... Oh mein Gott, okay. Warte mal. Greift den an, ey. Oh mein Gott, was ist das denn? Leute, was? Alter, die haben den so schnell kalt gemacht. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Alter, legt euch nicht mit meinen Bodyguards an. Und wisst ihr, was cool ist? Die haben einfach so gemeine Farbe. Also, ja, einer ist blau und einer ist grün. Sieht irgendwie mega nice aus. Ich glaube, ich brauche mehr Bodyguards, Freunde. Junge, wie wäre es eigentlich, wenn ich mal 10 Bodyguards habe? Okay. Oh mein Gott. Ja, keine Polizei. So, ich würde sagen, let's go. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Und kommen die mit? Ja, die kommen wirklich mit. Oh mein Gott, wie nice. Okay, mega geil. So, ich würde sagen... Ähm, wo will ich hin? Ich möchte unbedingt eigentlich... Ja, zur Bank. Einmal zur Bank, bitte. Okay. Jo, Alter. Was ist mit... Habt ihr das gerade gesehen? Das sah komisch aus. So, einmal zur Bank. Und bis jetzt haben die mir echt richtig gut weitergeholfen. Die Frage ist, wie lange helfen die mir eigentlich? Meint ihr, die helfen mir so lange, bis ich offline gehe? Oder die helfen mir so lange, bis ich keine Lust mehr habe? Ich weiß es echt nicht. Okay, zur Bank. So, er fährt hier lang. Äh, wo er eigentlich lang fährt, ist mir ja eigentlich komplett egal. Denn ich möchte ja nur beschützt werden. Und später, Freunde, werde ich mit Absicht mal die Polizei rufen, ne? Also, ich will nämlich sehen, ob die übelst gut sind oder übelst schlecht sind. Also, das werde ich natürlich herausfinden, ne? Okay, hier ist schon mal einiges an Polizei. Junge, ey, Mann. Pass mal auf, wo du lang fährst. Okay. Leute. Oh mein Gott, warte mal. Hier ist Polizist, ne? Nicht angreifen. Ähm, nicht, 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 nein, nein, nein. Oh mein Gott, warte mal, die holen ihre Waffen raus. Ey, bitte lest das schnell, bitte lest das schnell. Nicht angreifen, oh mein Gott. Ähm, geht ins Auto. Oh mein Gott, warte mal, der will mich festnehmen. Okay, schießt. Let's go. Oh nein, nein, nein. Wir müssen ihn kriegen. Yo. Warte mal. Alter, mega gut. Äh, Leute, was ist denn das jetzt? Noch einer? Ein weißer Vitamine? Oh nein. Oh nein. Okay, aber, aber ich habe geschrieben, komm mit. So, ich würde sagen, die, äh, sollen auf jeden Fall hier bewachen. Warte mal, ich schreibe mal, äh, bleibt hier stehen. So, okay. Äh, bleibt auf jeden Fall hier stehen. Ich hoffe, die lesen das. Und, oh mein Gott, das ist eine Polizistin. Aber ich greife diesmal nicht ein. Okay. Ich hoffe, die bleiben hier. Ich würde mich in der Zeit auf jeden Fall ausrauben gehen. Ey, mal gucken, ob ich ganz, ganz entspannt ausrauben kann. Ja, wenn nicht, dann haben sie auf jeden Fall den Job falsch gemacht. Und, Leute, oh mein Gott, ich werde auf jeden Fall ausrauben. Okay, Freunde. So, ich raub ganz, ganz in Ruhe aus. Mal gucken, ob ich, ob es funktioniert. Ey, Alter, der klaut mir einfach meine Goldbarren. Das war meine. Mann, was soll das? Oh mein Gott. Okay, Freunde. So, ich denke mal, meine Bodyguards werden alles unter Kontrolle haben. So, wir gucken mal. Okay, bitte, 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 Freunde. Und, warte mal. Jo, was ist das denn, Alter? Oh mein Gott, warte mal. Meine Bodyguards. Nein, sie liegen auf dem Boden. Nein, die Polizei und die Bodyguards sind hier. Warte mal. Das kann nicht sein, Freunde. Wir müssen uns selber verteidigen. Oh nein, oder selber angreifen. Was? Alter, was ist denn mit meinen Leuten passiert? Warte mal. Was ist denn das? Sorry. Ey, ihr seid doch meine Bodyguards, dachte ich. Mann. Okay, Freunde. Warte mal. Mein Bodyguard wird gerade hochgeholfen. Ich habe einfach mal geschrieben, bitte hilf meinem Bodyguard. Und er macht es wirklich. Let's go. Und warte mal. Er fragt einfach, bist du der Echte? Naja, zumindest meine Bodyguards. Die haben mir auf jeden Fall jetzt... Alter, eigentlich müsste ich dafür Robux abziehen. Okay, Freunde. Einer meiner Bodyguards ist auf jeden Fall schon wieder am Start. Aber, Leute. Ich muss sagen, das war ein bisschen schlecht, dass die gestorben sind. Hätte vielleicht ein bisschen besser sein sollen. Aber egal. Zumindest konnte ich das ja noch alleine regeln. Und... Ja, okay. Ich glaube, dem zweiten Bodyguard würde gerade auch geholfen. Und drei Polizisten sind einfach im Game. Und... Ja, die sind alle hier. Und... Oh mein Gott. Warte mal. Will der Stress hier? Alter, der hat eine Waffe. Okay, okay. Warte mal. Schreib mal vor mal. Hi. Moin. Was geht? Meine zwei Bodyguards sind wieder da. Was? Yeah. Okay, aber ich würde sagen, ab ins Auto. So, ich hoffe, die lesen das. So, ab ins Auto. Ja, perfekt. Okay. So, ich... Ich will zum... Äh, wo will ich eigentlich hin? Ich will zum Juwelier. Okay, mal gucken, ob die da hinfahren. Aber ich denke schon. Denn eigentlich müssen die alles machen, was ich sage. Und hier sind jetzt einfach nur drei Polizisten. Also haben wir eigentlich freie Bahn. Und uns kann nichts passieren. Okay, wir steigen mal aus. Und... Alter, hier ist alles ausgeraubt. Oh mein Gott. Was? Alter, der ganze Server ist leer. Oha. Okay, hab einfach mal geschrieben. Gas & Go Tankstelle. Und da fährt ihr jetzt natürlich auch hin. Oh mein Gott, Freunde. Ich bin so gespannt. Ich habe vier Sterne. Ich hoffe natürlich, dass es weiterhin funktioniert. Und ich werde hier diese Tankstelle jetzt ausrauben. So, während sie nicht ausgeraubt wurde von den Kollegen hier. Und... Okay, das mit dem Autofahren müssen wir auf jeden Fall noch üben. So, okay. Äh, Mist. Die wurde ausgeraubt. Okay. Muss jetzt dafür Werkzeugladen schreiben. Geht nicht anders. So. Ha. Ey, die machen echt alles für mich. Das ist so nice, dass man einfach nur schreiben muss, wohin man möchte. Und dann wird einfach einen direkt... Oder beziehungsweise bringt ihnen einen direkt jemand dahin. Ich muss sagen, diesen Service und diesen Luxus gefällt mir. Könnte ich mir ehrlich gesagt öfters vorstellen. Vielleicht auf dauerhaft. Aber naja, wir haben keine Zeit. Deswegen erstmal, wie gesagt, ganz, ganz schnell dorthin. So, der Werkzeugladen ist zum Glück nicht mehr so weit entfernt. Sieben Polizisten. Und, Freunde, ich will es unbedingt herausfinden. Meint ihr, die schaffen das? Also, ich meine, okay. Bei der Bank sind die einfach gerade umgeschnetzelt worden. Aber ich würde sagen, wir testen es einfach jetzt mal. Und ich steige aus. Und schreibe. Das wissen die nämlich nicht. Hey, hier wird ausgeraumt. Oh mein Gott, wir informieren vorher schon mal die Polizei. Okay, ich habe einfach mal geschrieben, wartet hier davor. Ich hoffe, die stellen sich hier hin. Ja, okay. Super. Oh mein Gott. Ey, Freunde, ist mir ganz egal. Ich werde jetzt nicht rausgehen. Okay, hier habe ich alle Sachen gekauft, die ich brauche. Und ich bin gespannt. Ey, wenn jetzt die Polizei kommt. So, wir können nämlich entspannt schon mal ausrauben. Alles einsammeln, was wir brauchen. Ey, Freunde, wie viel habe ich jetzt eigentlich schon bekommen? Bin ich kriminell? Ja, okay. 3,9. Also, 4.000 Euro fast. Ja, geht vielleicht ein bisschen besser. Aber, äh, mehr Geld aus... Oh mein Gott. Warte mal, ich höre schon die Polizei. Ich höre schon die Polizei. Ich werde natürlich mich nicht einmischen. Ich bin mal gespannt, was sie machen. Und, Freunde, wir gucken einfach zu. Okay, und... Yo, was? Alter! Die haben den einfach sofort umgehauen. Oh mein Gott. Ey, was geht? Ha! Ich habe hier meine Bodyguards. Tja, da hat wohl die Polizei leider keine Chance. Also, die Polizei war ja direkt ungeschnetzelt. Ich habe einfach mal geschrieben, versteckt euch im Auto. Was ist eigentlich, wenn man im Polizeiauto oder in irgendeinem anderen Auto sitzt und eine andere Polizei kommt? Ich hoffe, hier kommt noch mehr Polizei. Okay, so wie es aussieht, tja, gibt es hier wohl keine Polizei mehr. Manu! Okay, zum Abschluss möchte ich noch zur Aris-Tankstelle. So, ich möchte einsteigen und... Ey, Freunde. Bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das sehr, sehr gut hier mit diesen Bodyguards. Ich glaube, Freunde, das Gleiche machen wir auf jeden Fall noch mit der Armee und sowas. Also, lasst einen Daumen nach oben, weil ich würde sagen, 1000 Likes sollten wir auf jeden Fall schaffen, vielleicht als Viti-Gang. Und wenn du mein Bodyguard sein möchtest, dann sowieso ein Like. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen, ne? Und okay, Freunde, wir halten mal einfach bei der Aris-Tankstelle an. Und ich würde sagen, hier machen wir das gleiche Spielchen. Ich werde mal ganz, ganz schnell, ja, hier ausrauben. Okay, Freunde, ob sich das natürlich jetzt ernsthaft lohnt. Ich muss sagen, ich habe jetzt ungefähr, keine Ahnung, 10.000 Euro plus halt noch das ganze Gold, was ich besitze. Also, habe ich knapp ungefähr 15.000, äh, Euro gemacht. Also, 15.000 Euro, ich weiß nicht, ob sich das lohnt für 1K Robux. Aber ich muss sagen, ich habe auf jeden Fall keine Probleme. Und ich habe einfach nochmal geschrieben, und jetzt nochmal zur Polizei. Also, Leute, das geht echt easy, muss ich sagen, kein Problem bis jetzt. Und er so, okay, bin mal gespannt. Freunde, ey, ich will das gleiche Video auf jeden Fall nochmal machen. Mit ungefähr 10 Polizisten oder so. Ich glaube, das könnte echt witzig werden, wenn wir so, so viele Leute sind. Und, Alter, der fährt immer überall gegen, Junge. Der muss ja auf jeden Fall mal zur Fahrstuhle baden. Okay, und, wow, wieder ein Unfall. Yo, what's up? Aber, okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht. Ich werde mich hier absetzen lassen. Okay, ich weiß nicht, ob das hier zu Sinn macht, sich hier absetzen zu lassen. Denn ich habe einfach 5 Sterne. Alter, aber, verfolgen die mir immer noch? Oh, mein Gott, fahne, was? Freunde. Yo, die verfolgen mich immer noch auf Schritt und Tritt. Oha, wie cool. Okay, ich würde sagen, das sind auf jeden Fall meine Bodyguards gewesen. Aber wir werden es das nächste Mal austesten mit 4, 5 oder 10 Bodyguards. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen runter. Vergesst nicht kurz zu abonnieren und keinen neuen Video zu mir zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.